Es ist die Wahrheit, meine Mutter ist eine geborene Raute, äh Mäkel. Und ich habe genauso entsetzt geguckt wie ihr, wirklich. Ich weiß noch ganz genau, ich war mit meinen Eltern, mein Vater hat noch gelebt, wir saßen bei denen in der Wohnung und haben den Fernsehen geguckt, auf einmal, zum ersten Mal habe ich da die Angela Mäkel gesehen. Und ich höre so, Angela Mäkel? Ich gucke meine Mutter ganz entsetzt an. Weil, ne, meiner Mutter saß jetzt nicht so, also gar nicht. Gott sei Dank. Und, ne, nix, aber dann gucke ich sie so an und meine Mutter zu mir, Kei Angst, Türke Bub, das ist nicht deine Tante. Und jetzt pass auf, und mein Vater aus dem Hintergrund, das ist dein Onkel. Und jetzt, ich weiß, was du, 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 was Vielen Dank.